Es ist die Sehnsucht nach Glück und Freiheit und nach Gesundheit und die Liebe. Hallo liebe Leute, es gibt gute Neuigkeiten. Mein neues Album Sehnsucht ist nun endlich fertiggestellt und es wurde bereits auf CD gepresst. Und ich habe hier auch schon eine aktuelle CD in meinen Händen und es freut mich sehr, dass ich euch das heute präsentieren darf. Auf dieser CD befinden sich 18 Lieder und die Texte habe ich alle selber geschrieben und die meisten Songs auch selbst komponiert. Er könnte nun diese CD entweder direkt bei mir bestellen, am besten über E-Mail unter daniel-von-ischtl-at-gmx.at oder über den Facebook Messenger. Oder aber er hat noch ein wenig Geduld und wartet ein paar Tage bis sie veröffentlicht wird und dann in allen üblichen Handelsgeschäften zu finden sein wird. Natürlich könnt ihr die Lieder auch über alle üblichen Online-Streaming-Dienste dann downloaden. Also dann, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem neuen Album Sehnsucht. Bleibt gesund und macht es gut. Euer Daniel von Ischgl Diabett